Die dunkle Seite des Mondes birgt immer Gefahren. Jetzt beim Sammlerplatz. So, willkommen zur neuesten Folge vom Sammlerplatz. Diesmal geht es in den Weltraum. Moontrap heißt der Film, den ich euch vorstelle. Ein Sci-Fi-Film, Direct-to-Video-Produktion von 1989 von Robert Dyke, inszeniert mit Walter König aus Star Trek. Ich meine, er hat in Chekhov gespielt. Und Bruce Campbell, wer kennt ihn nicht, Tanz der Teufel und Co. Ganz kurze Story, worum geht es? Ja, also in der Zukunft, ich glaube der Film spielt in den 90ern oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist es da die Zukunft und da ist, ja, Weltraummissionen und Raumflüge sind nicht mehr der Rede wert. Alles normal geworden. Und bei einer Mission findet Walter König ein verlassenes Raumschiff vor. Und dort ist so eine Art, ein bisschen Football-ähnliches Ding, was er sich mitnimmt und mit zur Erde bringt. Und im Labor bei der NASA auf der Erde platzt dieses Ding auf einmal und roboterartige Tentakel kommen heraus. Und, ja, ein, ja, ein Roboter-ähnliches Sci-Fi-Wesen, Alien-mäßig. Also, ja, äh, was ist genau für ein Vieh, es wird jetzt nicht so genau beschrieben. Aber es greift auf jeden Fall die Station an und man kann es aufhalten. Aber, ähm, es findet sich heraus, dass, äh, dieses Wesen vom Mond kommt. Und Walter König schlägt vor, wir sollten doch da mal eine Mission hinschicken. Ja, und dann geht's los. Ähm, genau, der erste Film spielt halt, oder der erste Part spielt halt dann mehr auf der Erde. Ähm, wie sie dieses Ding halt, äh, zur Erde bringen und, äh, ja, es dort an Amok läuft. Und dann halt die Missionsbesprechung und so. Ähm, fängt auch schon mal gut an. Das Alien ist auch gut gemacht, gut getrickst. Äh, die Effekte sind sehr gut, finde ich, ähm, wenn man vor allen Dingen bedenkt, ähm, was für eine Produktion dahinter steckt. Also, ich hab das Making-of gesehen und, ähm, da haben auch die Macher gesagt, dass es gar nicht so einfach war, unter diesen, ähm, Budgetbedingungen, ähm, das auf die Beine zu stellen. Da musste man viel improvisieren. Und das, was sie daraus gemacht haben, war wirklich, wirklich sehr gut. Oder ist wirklich sehr gut. Denn, ähm, für diese Art von Produktion, ähm, das wurde da, wie gesagt, fürs Fernsehen, für Video, aber auch fürs Fernsehen produziert. Und, ähm, da kann man echt nicht meckern. Das ist, äh, klar, aus heutiger Sicht, äh, vielleicht durch nicht mehr alles up to date, logisch. Ähm, aber es gibt zum Beispiel einen Effekt, das, das war später auf dem Mond. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das war so süß. Da hat man richtig gesehen, dass so ein kleines Miniaturauto über den Mond fährt. Ja, mit so kleinen Spielzeugmännchen drin. Man hat das irgendwie genau gesehen. Aber ich fand das irgendwie so süß und charmant. Das, dem konnte ich dem nicht böse sein. Also, das haben die wirklich, äh, das ist wirklich sehr süß gemacht teilweise. Ähm, äh, hat mir teilweise so das Herz aufgehen lassen. Weil das so, so naiv, äh, voller Charme gemacht wurde. Sehr, sehr schön. Und allgemein auch die zweite Hälfte, die dann später auf dem Mond, äh, stattfindet. Auch die Alien-Basis, ähm, schön gemacht. Ähm, schöne Sets. Ähm, auch die Effekte da auch, ähm, sehr, sehr gut. Ist alles nicht so mega spektakulär. Auch nicht mega blutig. Äh, der Film ist auch FSK 12. Also, da weiß man schon, okay, ähm, da ist Härtegraden mäßig jetzt nicht so viel zu erwarten. Finde ich, braucht der Film aber auch nicht. Es ist mehr ein Abenteuer als ein Action- oder Horrorfilm. Ähm, auch wenn er natürlich, äh, von beiden die Elemente drin hat. Ähm, was ich ganz interessant fand, das hätte ich für so eine Art von Produktion auch nicht gedacht. Ähm, es ist ja nochmal so, im, im, in Reality, dass es auf dem Mond oder im Weltall allgemein keine Geräusche gibt. Durch die fehlende Atmosphäre, Luft und so. Und, das heißt, man würde, wenn man kämpft oder schießt auf dem Mond, würde man nichts hören. Und es gibt einen Kampf zwischen einem Alien und, ähm, Bruce Campbell und Walter Koenig. Und man hört tatsächlich bei dem Kampf keine Geräusche. Ähm, und das finde ich, das hat mich, beim Gucken, hat mich das so, wow, äh, so ein bisschen imponiert. Weil ich dachte, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Weil normalerweise auf Logik, selbst die größten Blockbuster, äh, die von den größten Regisseuren geschrieben oder inszeniert wurden, achten da eigentlich nicht so wirklich drauf. Und hier haben sie tatsächlich, ähm, auf so einen Detail geachtet. Das hat mir dann, äh, den Film wirklich dann ins Herz geschlossen. Wo ich gesagt habe, ey, das ist wirklich so inszeniert, das muss man einfach doch gern haben, oder? Also, ähm, fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, da gäbe es noch so eine Liebesgeschichte zwischen Walter Koenig und einer Frau, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte. Ähm, die fand ich ein bisschen, ja, sehr, sehr unglaubwürdig. Ähm, und wo wir schon bei Walter Koenig sind, ich weiß nicht, ob ich den Star-Trek-Fan jetzt vor den Kopf stoße. Aber ich finde, der Mann ist jetzt nicht wirklich der größte Schauspieler oder Charismatiker vor dem Herrn. Ähm, ich fand den jetzt nicht mega kacke, aber ich brauche den jetzt auch nicht unbedingt als Hauptdarsteller irgendwie. Ähm, also ohne Bruce Campbell wäre da, glaube ich, boah. Also du hast Bruce Campbell auf jeden Fall gebraucht als irgendwie noch so einen Schambolzen, der da noch seine Sprüche bringt. Ähm, weil ohne ihn wäre das, glaube ich, sehr, sehr lasch geworden. Ähm, ja, Walter Koenig vielleicht, ähm, als Chekhov gut, als, ähm, Charakter-Mime oder als Hauptdarsteller. Hm, war jetzt nicht so meins. Trotzdem im Großen und Ganzen ein schöner, kleiner Sci-Fi-Film, der, ähm, eigentlich recht unspektakulär ist, aber trotzdem durch seine Machart, ähm, mir auf jeden Fall Freude bereitet hat. Ist auch, glaube ich, ähm, nicht all so bekannt. Ja, bisschen in Vergessenheit geraten, aber, ähm, hier auch nochmal restauriert und so. Aber das zeige ich gleich nochmal in den Details, da, ähm, gehe ich auf die Informationen ein. Ansonsten kann ich Moontrap Sci-Fi-Fans, ähm, vor allem 80er-Fans auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt die Details. Dann haben wir hier Moontrap, ähm, mit dem Cover. Aber ich finde, ähm, ja, dieses komische, diese komische Leiche hier finde ich nicht besonders schön, äh, gezeichnet. Weiß ich nicht, aber, ähm, ansonsten finde ich das Cover jetzt nicht schlecht. Ist aber auch kein Mega-Highlight für mich. Das Ganze auf Blu-ray natürlich ist allerdings von, äh, Digi-Dreams Studios, die ja jetzt nicht immer das mega geilste Bild machen. Meiner Meinung nach, wenn ich da mal Kritik üben darf. Aber, ähm, ich konnte mich jetzt so eigentlich nicht beschweren. War schon okay. Geh nochmal die Rückseite. Äh, Spy nochmal kurz. Äh, dann die Rückseite, ähm, auf. Ich muss mal gucken. Auf 99 Stück limitiert. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, genau. îhm, ja, genau. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, genau. Vielen Dank.